Und Action! Warte, 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 warte! Hey, guys! My name is Donnie! Welcome to Jackass! Was genau machen wir denn jetzt? Wir spielen Content Warning. Das ist ein Spiel, wir sind YouTuber, wir müssen paranormale Ereignisse filmen, um Klicks zu generieren. Ha! Klingt nach einem easy Ding, oder? Klingt, als wenn uns das liegen sollte. Ich denke schon, oder? Also ich wüsste jetzt nicht, was da schief gehen sollte, oder? Wobei, Hugo ist mit dabei, ne? Du hörst nicht bei mir doppelt? Ja, wenn ich laut spreche, das ist aber wahrscheinlich gemessen, da können wir unser Gesicht einstellen. Was habe ich für ein Gesicht? Einen Smiley mit einem E. Kann ich nicht, weil hier gerade jemand anders dran ist. Geh mal da weg! Ich stell gerade mein Gesicht ein. Musst du nicht Pipi machen? Du bist doch Pissen! Komm nicht raus! Ja, und? Du bist ein Fan, Hugo! Also, jetzt ist es gut. Oh Gott, das tut mir leid. Guck mal, mein Gesicht! X, O, X. Dirk Sox! Warte! Ich will das auch machen, warte mal! Geh mal weg, ich will auch! Na, warte! Oh ja, please! Das ist, tatsächlich sieht das so lustig aus. Warte, guck mal, ich zeig dir mal. Also, wir haben null Dollar, wir haben drei Tage Zeit und müssen 3000 Klicks auf ein Video kriegen. Das sieht gut aus. Ja, das klingt auch... Also, weiß ich nicht. Pass mal auf, folgendes, folgendes, passt auf. Es gibt immer eine Kamera. Wir haben gleich irgendeinen Ort mit paranormalen Ereignissen. Die Viecher wollen uns aber umbringen. Das Ding ist, wichtig ist, wichtig sind die Klicks. Das heißt, wenn ihr, wenn ihr die Kamera habt und ihr seht, dass einer von uns gefressen wird, von einem Vieh beispielsweise, filmt das. Das gibt übel viele Klicks. Wenn jemand am Brüllen ist, also in dem Video, unser In-Game-Voice wird mit aufgenommen. Wenn jetzt einer am Schreien ist, weil der gejumpscared wird oder sowas, wenn wir das auf Kamera haben, da alles, was Klicks bringt, filmen wir. Wir brauchen 3000 Aufrufe und Geld. Es kann auch sein, dass wir irgendwelche Dinge machen können, keine Ahnung. Angenommen, weiß ich nicht, wir hängen irgendwo fest, wir glitschen irgendwo fest, ja. Alles, wo wir denken, dass es Klicks bringt, muss gefilmt werden. Wenn wir die Kamera verlieren, weil derjenige mit Kamera drinnen stirbt bei den Viechern, selbst wenn wir alle sterben, müssen wir die Kamera wiederholen. Aber ich weiß gar nicht, lass mal hier raus. Ich hab jetzt nicht wirklich zugehört, aber ich bin mir sicher, das wird fantastisch. Nice. Glück auf mich! Okay, pass auf, der Plan, runter in die alte Welt, etwas gruseliges Filmen, das auf Spürktube hochladen und berühmt werden. So, hier ist ein Fernseher mit Spürktube drauf. Wer hat denn die Kamera, ist das schon klar? Weiß ich nicht. Ich weiß noch nicht, wo die ist. Oder, also ob wir die hier irgendwo finden, ob wir die kaufen müssen. Das sieht sehr nach Kamera aus. Okay, ich nehm mal die Kamera mit. Ich nehm mal ne Flashlight mit. Okay, ich nehm auch mal ne Taschenlampe. Ich hab ne Taschenlampe und ne Kamera. Mit Rechtsklick haben wir die... Okay, du kennst Jackass. Ja. Man kommt irgendwie auf das Dach, glaub ich. Okay, I'm on the mission. Vielleicht bringt das Klicks, weißt du, wenn... Ach, hat nur einer von uns ne Kamera? Ja, ja. Ja gut, aber dein Wackel jetzt nicht, ne? Hey. Soll ich ne geile Ansage... Wow, wow, lass mich ne geile Ansage machen, bevor der anfängt. Ja, ja, wir müssen ja erstmal gucken, wie der hochkommt und dann kannst du so ein kleines Intro... Hab ich ein orangenes Gesicht? Du hast ein orangenes, trauriges Gesicht, ja. Oh, du bist ganz traurig. Ich bin ganz traurig, weil du gemein zu mir bist. Selfie-Mode. Nein, warte, stopp, Rabe, warte, 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 stopp. Doni? 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 Ja, 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 ja. Okay, warte, pass auf. Du machst jetzt gleich ein kleines Intro. Wir dürfen nicht so viel Film verschwenden für das Video. Also, du musst jetzt gleich schnell machen. Ich sag go, okay? Und Action. Warte, 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 warte. Hey, guys, my name is Doni. Welcome to Jackass. Nice, ich hab's drauf. Ich hab's drauf. Wir haben noch 87% Film. Okay, jetzt lass uns das Paranormales irgendwo suchen. Äh, ja, gleich. Wir müssen ja den Film erstmal fertig machen. So, wir haben Sauerstoff. Äh, Tür schließen. Äh, da, maybe? Auf geht's. Okay. Wir drehen ein Banger-Video, Leute. Das wird ein Knaller. Wir haben das geilste... Wir haben das geilste... Wir haben das geilste Intro. Können wir diesen Button... Ah, tauchen. Der Banger. Wer hat wohin geschissen? So, denkt an eure Taschenlampe. Wo ist mein... Da ist... Wo sind sie hin? Taschenlampe, check! So, wir brauchen nur 3000 Klicks. Das wird ja irgendwie möglich sein. Kann man mich nicht hören? Ja, wo ist die Taschenlampe? Hä, wieso fahren wir denn jetzt grad wieder irgendwo hin? Sind wir wieder... Hat einer den Button? Ich... Hugo, du holst's Kopf! Es fängt an! Ich hab da... Junge, ich... Ich hab da... Das Ding hier muss sich wieder aufladen. Wir können jetzt nicht mehr spielen. Wir sind schon zurück, ohne dass wir... Digga, er ist so dumm, Alter. Doni, wirklich for real. Er hat kein Gehirn, Doni. Aber vielleicht freut er ja wirklich nur danach. Aber aus Versehen, man hat... Er hat einfach kein Gehirn, Doni. Ich kann nicht... Ich dachte alle... Da gibt's ne Taschenlampe auf dem roten Knopf. Das Problem ist halt, dass wir jetzt die Runde nicht mehr spielen können. Das heißt, wir müssen jetzt irgendwie das Outro drehen und hoffen, dass, was wir filmen, obwohl wir nicht mal im Ingame waren, irgendwie Klicks bringt. Ähm... Wir könnten einfach ein Sabaton machen. Was ist, wenn ihr alle auf das Haus geht und ich filme euch, wie ihr da runterspringt? Ja, okay. Ja, das ist ne gute... Aber wir schreien dann alle drei zusammen. Das war Jackass. Wie kommt man da raus? Okay, wartet noch auf die anderen. Nein, komm. Stürzt euch einfach in den Tod. Drei, zwei, eins, Action. Ich bin gar nicht gefahren. Okay. Komm, wir gehen das hochladen und gucken, was passiert. Können wir uns den Film jetzt auch angucken? Oh, warte mal. Vielleicht kannst du dich umbringen. Bring dich um. Oh ja, das ist ne tolle Idee. Bring dich um für Klicks. Alles für die Klicks, Bruder. Hörst du mich noch? So, okay, pass auf. Drei, zwei, eins, Action. Und hier sehen sie einen alten Affen, wie er ein Ding hochklettert. Diese Spezies ist besonders dumm. Er hat auch die Runde verkackt und hängt an seiner Vorhaut im Eisen fest. Ich liebe alles daran. Okay, dann hoffen wir, dass das Klicks bringt. Ja, 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 wir laden den jetzt hoch und dann können wir den gucken. Komm. Aber ich weiß nicht, wo. Disc ein. Video hochladen, Disc einlegen. Wo können wir denn? Mama, ich fall auf die Kau. Irgendwo muss ne Gerätschaft sein, wo ich die Kamera reinlegen kann. So, warte. Der erstellt aus der Kamera jetzt ne CD. Und die geh ich... Wenige wissen, so funktioniert Videoschnitt. So funktioniert Videoschnitt. Die legen wir jetzt in den Fernseher. Action. Warte, 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 warte. Hey, guys. My name is Tony. Welcome to Jackass. 90 Zuschauer. Aufrufen, aufrufen. Check-in. Ich bin gar nicht gefallen. Schöner Zoom, schöner Zoom. Autsch, nicht Doni Fell. Und hier sehen sie einen alten Affen. Wie er ein Ding hochklettert. Wenn der weiter so lang verklettert, stirbt er ein Altersspächer. Diese Spezies ist besonders dumm. Er hat auch die Runde verkackt. Und hängt an seiner Vorhaut im Eisen fest. So, wir haben 769 Aufrufe. Wir haben 115 Dollar Werbung gekriegt. Geil. Okay, ja, wir haben noch zwei Tage dann. Ich würde sagen, wir gehen mal schlafen und verlassen nicht gleich wieder direkt die Runde. Gute Nacht. Gute Nacht. Die Album. Juki has a great outfit. Ich schwör, ich schaff liebste an der Wand gesenkt von dir. Gute Nacht. Gute Nacht. Hab euch lieb. So, schätzelein. So, schätzelein. Wir haben sicher auch gesehen. Kuckuckuck